Hallo und herzlich willkommen bei Runnerspint. Hier stelle ich euch die vierte Generation des AdiZero Tempo aus dem Hause Adidas vor. Er besitzt ein sehr leichtes Abrollverhalten und vermittelt ein direktes Laufgefühl durch sehr guten Bodenkontakt. Eine leichte Unterstützung im inneren Bereich der sogenannte Pro-Moderator gibt eine bessere Pronationskontrolle und verhindert Überpronation. Dank der Formotion-Einheit der entkoppelten Ferse passt sich der AdiZero perfekt im Untergrund an. Grobporiges Mesh-Gewebe, sogenanntes Cool-Ever-Material, sorgt für ein optimales Klimamanagement. Durch eine Verbesserung der Überzüge wurde die Passform im Vorfußbereich optimiert. Das Dämpfungselement Full-Forefoot Adiprem Plus sorgt für eine hervorragende Dämpfung. Das Torschen-System sorgt für eine unabhängige Bewegungsfreiheit von Rück- zu Vorfuß. Der AdiZero Tempo 4 von Adidas ist genau der richtige Zweitschuh für schnellere, intensive Trainingseinheiten. Ihr bekommt ihn in allen Oners Point Filialen oder holt ihn euch in unserem Onlineshop unter www.onerspoint.com.